Ach ja, der Lebenslauf. Wir alle kennen das. In der Bewerbungsphase, da kann dieses vermeintliche Stück Papier, diese zwei Seiten, auf denen man versucht, sein Leben zusammenzufassen, schon einmal die ein oder andere Schweißperle einem auf die Stirn treiben. Daher habe ich euch hier kurz und knapp drei wichtige Tipps zusammengefasst, die ihr beim Verfassen eures Lebenslaufs beachten solltet. Auf geht's! Na, das sieht doch schon mal gut aus. Name Ben. Geboren in Düsseldorf, Familienstand… Moment, muss ich das eigentlich noch angeben? Und da geht's schon los. Kaum habe ich die ersten Zeilen meines Lebenslaufs verfasst, werde ich schon wieder unsicher. Welche persönlichen Infos über mich sind wichtig? In welcher Reihenfolge soll ich meinen Werdegang wiedergeben? Und wie verdeutliche ich am besten, dass ich die Qualifikation für die Stelle mitbringe, auf die ich mich bewerben möchte? Damit es euch nicht genauso geht, hier drei wichtige Tipps für das Erstellen eures Lebenslaufs. Was genau heißt, verfasse deinen Lebenslauf antichronologisch? Das bedeutet nichts anderes, als dass du deine letzte Tätigkeit oder Station deines Werdegangs zuerst auflistest. Unter berufliche Tätigkeiten oder Berufserfahrung sollte dann deine letzte oder derzeitige Tätigkeit als erstes stehen. Danach chronologisch zurückgerechnet, die davor und so weiter. Hast du gerade aber einen Masterabschluss gemacht und suchst jetzt den Einstieg in die Berufswelt, dann fange mit dem Bereich Ausbildung oder Bildungsweg an und führe als erstes deinen Masterabschluss, dann deinen Bachelorabschluss auf und so weiter. In der weiterführenden Schule haben die meisten von uns zum ersten Mal gelernt, wie man einen Lebenslauf verfasst. Vielen hat sich seitdem her eingebrannt, dass man unter persönlichen Angaben erwähnen sollte, wer die Eltern und Geschwister sind. Das muss aber nicht sein. Wenn ihr euch für ein Schülerpraktikum in einem Betrieb in eurem Heimatort bewerbt, kann das vielleicht von Vorteil sein, weil jeder euch und eure Eltern kennt. Aber im Verlauf eurer Karriere könnt ihr getrost darauf verzichten. Diese Info ist also nicht verpflichtend. Dazu zählen übrigens auch die Angaben zur Religionszugehörigkeit oder dem Familienstand. Das sind Informationen, die im Grunde niemandem etwas angehen. Es sei denn, du bewirbst dich beispielsweise auf eine Stelle in einer konfessionellen Institution. Dann kann vorausgesetzt werden, dass du als Bewerberin oder Bewerber der jeweiligen Konfession angehören musst. Auch Fragen zu deinem Familienstand sind in diesem ersten Schritt privat und müssen nicht im Lebenslauf angegeben werden. Denn keiner dieser Infos sollte schließlich darüber entscheidend sein, ob du für eine Stelle qualifiziert bist oder auch nicht. Zu guter Letzt noch ein ganz wichtiger Tipp. Wie auch das Bewerbungsanschreiben solltet ihr euren Lebenslauf idealerweise individuell für eine Stelle anpassen. Aber was ist damit genau gemeint? In eurem Lebenslauf solltet ihr Stationen eures Werdegangs mit Stichpunkten ausführen. Beschreibt also kurz, welche Aufgaben und Tätigkeiten ihr in einer früheren Position ausgeübt habt. Diese Beschreibung solltet ihr natürlich darstellen, dass ihr über die entsprechenden Qualifikationen und das Know-how verfügt, die Lautstellenausschreibungen für die Position, auf die ihr euch bewerben möchtet, verlangt werden. Ihr bewerbt euch beispielsweise auf eine Stelle im telefonischen Vertrieb bei einem Hersteller für Klimageräte. Dann gebt bei der Station in eurem Lebenslauf idealerweise an, dass ihr bereits bei einer vorherigen Position telefonische Kundenbetreuung betrieben habt und beispielsweise auch schon mal bei einem Hersteller von komplexen technischen Geräten tätig wart. Denn Personalverantwortlichen interessiert nämlich nur zweitrangig, dass ihr vielleicht auch vor einigen Jahren in der Buchhaltung eines Lebensmitteldiscounters gearbeitet habt. Die Berufserfahrung ist zwar wichtig, aber essentiell sind vor allem die Erfahrungen. Die für die jeweilige Stelle eindeutig qualifizierend sind. Das leuchtet ein. Daher fokussiert euch auf die wichtigen Fakten und hebt diese eben individuell für die jeweilige Stelle hervor. Ja, das war es auch schon wieder mit Traumjob für heute. Und wenn ihr diese drei Tipps beherzigt, seid ihr auf jeden Fall einer erfolgreichen Bewerbung einen ganzen Schritt näher gekommen. Schaut euch auch gerne mal dazu noch meine anderen Videos an. Alles rund um das Thema Bewerbung und Karriere. Ansonsten kann ich nur sagen, drücke ich euch natürlich beide Daumen fest für eine erfolgreiche Bewerbung. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer riesig über eure Daumen nach oben. Bei weiteren Fragen schreibt mir diese einfach unten mit in die Kommentare und ich werde mich natürlich den schnellstmöglich annehmen. Ansonsten kann ich nur sagen, habt eine gute Woche, lasst es euch gut gehen und bis bald. Ben raus. Ciao.